Hallöchen ihr Lieben und herzlich Willkommen zu einem weiteren Bad von Aragami. Ja, wir sind gut unterwegs, muss ich sagen. Wir haben Kapitel 5 erreicht und wir werden gleich versuchen, die Kugel hier, die Lichtkugel auszuschalten. Der neue Auftrag lautet, finde den Talisman. Der ist hier irgendwo, so eine Art Schriftrolle und wir sind total verwirrt. Die Leute hier, die wir die ganze Zeit umnieten, die haben irgendwie Angst vor einer Schattenkaiserin. Wir wissen da nicht besonders viel darüber, aber sie scheint sehr böse zu sein. Sehr wunderschön, total hübsch, aber auch sehr, sehr böse. Ich bin langsam der Meinung, dass Yamiko diesbezüglich mit drin steckt und dass ihre Kaiserin damit gemeint ist. Warum sonst, warum sonst sollten diese Leute hier ein ganzes Dorf auslöschen, wenn nicht aus purer Angst, Hass oder, naja, Machtgier? Und da scheinbar Machtgier bei den Männern hier nicht unbedingt der Fall ist, dürfte es sich hier dann wohl eher um Angst handeln, wollte ich sagen. So, das war jetzt knapp. Die Leertastatur tut nicht mehr so recht. Ich glaube, meine Tastatur geht ein. Jetzt muss ich mal kurz Luft anhalten. Ah, da unten ist der nächste Gratler. So. Und weg mit dir. Sehr gut. Ab mit dir in die Schatten. Und dann haben wir hier schon mal Luft. Da drüben. Die Gefäße sind ja sonderbar. Da kann man die zerstören. Nö. No, no. So. Switch, switch, switch. Gut. Hui, hui, hui. Gut. Wo sind die nächsten Gratler? Ja. Da drüben, das schaut auch verdächtig aus. Das Gebäude da drüben. Aber ich möchte mich zuerst mal hier weiterschleichen. Aha, da haben wir schon wieder ein Opfer. Aha, und da kommt ein Opfer. So, mal warten. Vielleicht kann ich den wieder hier reinlocken. Locken, 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 locken. Ich bewirr's einfach mal. Yes. Und tschüss. Sauber. Ja. So muss das ausschauen. Da kommt noch einer. Perfekt. Yes. Das ist lustig. Und weg mit dir. Wusch, ab in die Schatten. Ja, ja. Ich mag das Glöckchen. So. Jetzt wäre gut noch schauen. Boah, da gibt's Versteckmöglichkeiten, ne? Fuh. Ha? Da ist jemand? Wo? Ich glaub ich dran. Wusch. Schnell dahin mal. Okay. Gut. Wie komm ich da rauf? Ich hab keine Ahnung. Hier wird's wohl eher nett gehen, ne? Lass mich hier auf die Decke rauf. Aha. So wird's gehen. Wow. Ich werd mal kurz da unten bleiben. Kurz da bleiben. Also ein bisschen Schattenenergie sammeln. Steht grad ober mir. Ein bisschen warten. Ich werd's wieder gleich abhauen. So. Und jetzt können wir... Jetzt können wir unser Glück... Na. Probieren. Wow. Tschüss. Ja, das lief gut. Wow. Halleluja, Maracuja. Das lief gut. Das lief sogar sehr gut. Ist der drüben auch ein Gratler? Ich seh's grad nicht. Ich wollt jetzt eigentlich rübersprinten. Es hat gespeichert. Okay. Es hat gespeichert. Jetzt war's gut da runter. Oh. Aha. Wir sind unserem Ziel recht nah. Zumindest einem weiteren. Kann man hier um die Ecke? Nö, ne? Hier ist eigentlich... Ja, gut. Das war wieder für die Katz. Hä? Was war das? Oh, oh. Ich werd's mal anschauen. Ich hoff, der kommt her. Wasser. Wow. Langsam. Und weg mit dir. Nicht ins Wasser. Es ist rausgegangen. Ich glaub, ich spin. Wow. Damit hab ich nicht mehr gerechnet. Wow. 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 Das ist auch wieder so ein Geradler. mit viel Licht. Ich werd's probieren, ob ich ihn wieder rauslocken kann. Yes. Und tschüss. Alter, ich bin wahnsinnig. Ich bin einfach nur wahnsinnig. Tschüss. Ja, das war jetzt schlecht. Weg, 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 weg. Wow. Und weg mit dir. Boah, das war jetzt schön. Hahaha. Ah, das war schön. Alter, alter, alter. Boah, ey. Puh. Mir ist jetzt mal kurz das Herz stehen geblieben. Ja, aber nur kurz. Da vorne ist noch so ein Kradler. Zwei? Zwei ist natürlich schlecht. Zwei ist jetzt natürlich blöd. Außer. Ja. Jetzt habe ich mir voll verschluckt. Beim Lachen verschluckt. Sehr schön. So. Prima. Dann hauen wir den noch weg. Zack. Gut. Ist hier noch irgendjemand? Na. So. Noch schnell absuchen, ob es irgendwo Talismane... Talismane ist eigentlich schon Schriftrollen gibt. Das wäre wieder so ein geeignetes Versteck für sowas. Was haben wir da? Schuhe. Gut. Ein Schrank, den man nicht öffnen kann. Okay. Dann schaut es so aus, als wenn da mal nichts wäre. Da drüben ist nur normales Licht. Also Seerosen, ja. Kann man hier eigentlich auf den Baumstumpf rauf? Nö. Ich kann mir auch vorstellen, dass man gewisse Teile hier im Spiel, sag ich jetzt mal, betreten kann, wo man glaubt, das ist eigentlich für das Hintergrundbild gedacht. Also für den Hintergrund, wo man eigentlich gar nicht hin sollte, dürfte. Da könnte ich mir vorstellen, dass ich dort diese Schriftrollen übersehen habe. Jo. Von da drüben sind wir gekommen, ne? Das da drüben habe ich noch nicht erkundet. Und da drüben bin ich eigentlich auch noch nicht fertig. Oder doch? Na, da drüben war ich ja auch noch nicht. Ah, je. Oh je, Madonna. So, dann würde ich sagen, machen wir das mal schnell. Husch, husch. Ist da, ah da ist Schatten. Sehr, sehr gut. Husch. Ach was, da oben muss ich hin. Ein Schrein, den nehmen wir gerne mit. Yeah. Das heißt, ich darf da eigentlich noch gar nicht her. Dann geht's hier weiter, ne? Dann habe ich nichts gefunden. Da drüben ist nämlich auch noch was. Was, da ist jemand? Hör auf. Da muss ich mich jetzt wieder beeilen und zurückgehen. Wasch. 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 Dann laufen wir ein Stück. So. Langsam. Und langsam. Husch. Dann müssen wir theoretisch hier rüber noch, ne? Husch. Ja. Ja. Wow. Hoi, der K. Ja. So geht's auch. Sehr gut. Hier kann man rein. Das ist auch gut. Warten wir fast ins Wasser raus, ne? Na ja. Das war's auch schon. Ich hab die Hoffnung gehabt, dass es hier Schriftrollen oder sowas gibt, ne? Aber nö. Da ist das schon wieder groß hier. Aber definitiv da drüben waren wir noch nicht, ne? So, laufen wir mal ein Stück. Da drüben ist jedenfalls noch mal Licht zum Ausschalten. Ah, da komme ich gar nicht hin. Auf diesem Wege. Aha. Das ist auch interessant. Wie dann? Übers Dach? Ah, nicht wirklich, wie mir scheint. Dann muss es wohl da drüben übers Meer irgendwie gehen. Das wurmt mich grad. Da muss es scheinbar da drüben gehen. Na, großartig. Ist mir das alles umsonst gelaufen. Yeah. So kann's auch gehen. So würde ich sagen gleich darüber. Gibt sich's aus? Ja. So. Da müsste es theoretisch passen, wenn wir da weitermachen. Wird's mir fast ins Wasser gefallen. Alter, ich bin so dämig. Boah, hey. So. Tap, tap, tap. Die Kugeln sind ja aufgefüllt. Passt. Muss es irgendwie von da gehen? Okay. Ich geh jetzt mal hier weiter. Da ist er. Hat's gewirkt? Nö. Zu weit weg. Jawohl. Jetzt aber. Und tschüss. Sehr, sehr gut. Darüber ist ja auch nur Wasser, ne? Das geht? Über die Felsen soll's gehen? Aber jetzt nicht der Ernst. Ich hab echt Angst, dass ich ins Wasser fall. Was? Was? Einen Bogenschutz. Ach Gottchen. Dann hier rauf. supi weil ich noch schön hier vielleicht noch ein checkpoint zu haben eigentlich hätten man hätten ja da drüben haben wir einen bekommen theoretisch könnten sie ja ich probieren ob es gehen würde ich soll nur den ein geradler hier noch mal besiegen okay und jetzt ich weiß sicher ins wasser nein noch nicht aber hier geht es nicht weiter war ein blödsinn aber tatsächlich möchte ich da oben noch schnell schauen ob es hier eine rolle schrift gibt nein keine rolle schrift wäre auch komisch gewesen wären so dahin gekommen wäre naja vielleicht kommt sie noch So. So. Da ich mich schnell. Sehr gut. Das heißt, kurz warten. Gut. Wir dürfen rauf. Okay. Ach, was mache ich denn da? Ich könnte euch ja viel einfacher töten. Ich vergesse es nicht. Schwing, Schwung. Und... So. Was haben wir denn da? Darf man hier auch rauf? Ich glaube. Oh. So nicht. Hm. Ich dachte, das könnte ein Versteck für eine Schriftrolle gewesen sein. Entschuldigung. Jo. No, no. Ist dem nicht so. War hier vielleicht beim Krümpel? Na. Nix da. So. Bam. 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 Wo bin ich hier? Und warum bin ich hier? Ich muss mich mal kurz umschauen. Wo geht's denn jetzt weiter? Jetzt bin ich da. Ja. Schön. Und jetzt? Soll es tatsächlich da drüben weitergehen? Wird so sein müssen, denke ich mal, ne? Ja, ja. Hier. Uh. Bleib da! Oh. 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 so cool. Bitte was? Jetzt komm. Und zack. Passt. Ist das schlau darauf? Theoretisch. Jo. Das war schlau. Eine Schriftrolle. Ich seh sie. Scheiße. So. Ich wollte ihn von oben niedermolcheln. Jetzt ist er nicht ganz ausgegangen. Warte, hab ich eine Schriftrolle gesehen? Da ist ein Loch. Das werden wir dann gleich erkunden. So, das nehmen wir mal. Sehr, sehr gut. Aber ein bisschen Loch. Es scheint beabsichtigt zu sein, dass man da rein kann. Aber so ganz geheuer ist mir das gerade nicht. Oh, das scheint nichts mehr zu sein. Der eine Bogenschütze hätte uns jetzt das Gericht gebrochen. Vielleicht. Aber ich probiere es jetzt malen. Ich bin mutig. Wow. Gut. Das war so gewollt. Das war so gewollt. Das war so gewollt. Schade. Ich hätte gehofft, dass er ein Stück weiter geht. Jetzt sind sie zu zweit. Das ist natürlich jetzt blöd gelaufen. Das ist jetzt blöd gelaufen. Da wäre eine Falle gut. Ich glaube, da stelle ich eine Falle auf. Die wäre hier. Die wäre hier. Genau. Die wäre hier perfekt. Das ist so ums Eck. Hier gleich am besten. Schon verstecken oben. Wenn alle da sind. Der eine würde zu schnell sein, fürchte ich. Und jetzt. Jawoll. So ist es schön. Drei fliegen auf einem Streich. Mit einem Streich. so. Sauber. Das lief gut. Das lief sehr gut. Natürlich ist es nur ein Leuchte-Pilz. Ein Leuchte-Pilz. Ist jetzt sonst noch irgendwas? Ach so, da sind wir. Okay. Jo. Was haben wir da? Licht. Licht. Geht es denn aus? Jawohl. Sehr, sehr gut. Ein Schrein wäre hier auch nicht schlecht. Schön warten. Oh. Jetzt. Das ist so cool. C war Wisch und Weg. Schwingen. Okay, dann würde ich sagen, hier. Okay, Glöckchen funktioniert hier nicht. Vielleicht. Vielleicht so. Tatsächlich. Und drauf. Dann können wir vielleicht von oben niedermeucheln. Boah. Komm nur her, du Gratler. Oh, nicht der Ernst. Ja. Fail. Ne? Das ist jetzt echt. Wieso hat er mich gesehen? Der darf mich ja gar nicht sehen. Würstelkind. Jetzt muss ich die anderen drei nochmal machen, ne? Freilich. Ach, wie kacke. Sind nur zwei. Das ist natürlich jetzt nicht gut gelaufen. Naja, besser zwei ist keiner. Mal halt nur zwei kaputt. Schwingen. Und tschüss. Gut. Bei dem anderen. Schwingen. Müssen wir halt mal hier. Tapp, 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 tapp. Langsam. Warten. Und tschüss. Passt. Schwingen. Und weg ist er. Da war ich jetzt nicht drin, ne? Da. Da unten war ich jetzt auch nicht. Aber da scheint nichts versteckt zu sein. Da hinten haben wir eh nichts. Dann sind wir eh schon wieder da. Und kaputt. Sehr gut. Dann würde ich sagen, ich stell dir die Falle auf. Mach einmal läuten. Und verschwinde. Warten. Es müssten drei kommen, oder? Nur zwei. Dann sind es leider nur zwei. So. Dann ist jetzt die Frage, wo ist Nummer drei. Da drüben ist Nummer drei. Okay. Dann ermorden wir ihn halt so, ne? So. Weg mit dir. Und der Part ist zu Ende. Sehr schön. Wow. Da hinten ist noch so ein Gartler. Okay. Aber wie gesagt, Part ist mal zu Ende. Ich wollte mich nur schnell hier umschauen. Ob wir hier was Tolles anfinden. Aber schaut nicht so aus. Na gut, ihr Lieben. Es läuft. Wir kommen ja schon recht gut voran. So langsam habe ich es ja im Griff. Kann auch schon die Gegner ein bisschen einschätzen. Wie sie tun werden. Wie sie machen werden. Ja, das geht ja schon. Das geht ja schon nicht so schlecht. Na gut, ihr Lieben. Ich bedanke mich wieder fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag. Einen schönen Abend. Je nachdem, wie ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi. 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 Tschüssi.